In diesem Video erkläre ich dir, was der Buttwink ist und wie du ihn mit einer einfachen Übung beheben kannst. Willkommen zurück. In diesem Video soll es um den Buttwink gehen und ich möchte dir eine einfache Möglichkeit zeigen, wie du den Buttwink beheben kannst oder zumindest die Position des Beckens verbessern kannst. Was ist der Buttwink? Buttwink ist letztendlich nur eine einfache Umschreibung für den sogenannten Posterior Pelvis Tilt. Das heißt, im Squat, wenn wir unter 90 Grad gehen, kippt unser Becken nach hinten ab. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich mache einen Squat und bei manchen, sobald ich unter 90 Grad gehe, kippt das Becken leicht nach unten ab. Ob der Buttwink negativ ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Letztendlich gibt es viele verschiedene Meinungen über das Thema. Viele sagen, vermeide es. Für manche ist es aber nicht vermeidbar. Letztendlich ist es unter 90 Grad irgendwo, wenn ich noch tiefer gehe, fast immer so, dass mein Becken ein Stück weit abkippt. Wenn ich ein fortgeschrittener Athlet bin, der oft squattet, der wirklich viel Gewicht auflädt und eine saubere Squatt-Technik hat, dann ist der Buttwink in der unteren Position kein Problem. Kann ich mit arbeiten. Wenn ich ein Athlet bin, der wirklich gerade erst anfängt, ja, ich bin Beginner, ich möchte anfangen zu Squatten, ich möchte es in meinen Trainingsplan integrieren, dann sollte man aufpassen, dass das Becken wirklich nicht maximal abkippt. Ein bisschen Kippen wird immer dabei sein, aber es sollte nicht exzessiv durchgeführt werden. Das heißt, es ist wichtig, dass wir unter 90 Grad Squatten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es muss nicht zwangsläufig erst zu Christ gesquattet werden, bis das Becken wirklich maximal nach hinten abgekippt ist. Es gibt eine einfache Möglichkeit, wie ich zumindest vorher, vor dem Squatten, schon ein bisschen mein Becken resetten kann und an meiner Beckenposition, an meiner Hüftbeweglichkeit arbeiten kann. Die Übung zeige ich jetzt. Für die Übung brauche ich letztendlich nur ein Gummiband. Ich mache das an einem Becken fest, dann nehme ich anfangs mein rechtes Bein, nehme das Band hoch in die Hüfte und nehme mein linkes Bein und strecke das gegen den Becken komplett aus. So habe ich das Band unter Spannung und von hier greife ich an meinem Knie, lege mich flach hin und habe jetzt hier eine Hüftkapselöffnung und kann mein Bein hier, mit meinem Bein hier die Hüfte bearbeiten. Ich kann in eine Außenrotation gehen, ich kann ein bisschen in die Innenrotation gehen, ich kann hier die Kapsel öffnen. Durch den Zug vom Gummiband öffne ich die Kapsel, das heißt ich mache Platz. Dadurch sollte das Becken weniger abkippen in der unteren Position. Ich mache das zwei Minuten pro Seite, zwei Minuten rechts, zwei Minuten links und kann dann direkt die Kontrolle machen, danach ist das besser geworden. Gerade am Anfang, wenn ihr eben anfangen zu squatten oder eure Squatposition wirklich verbessern wollt, dass ihr eine saubere Squatposition könnt, hilft diese Übung, um die Hüftkapsel auseinander zu ziehen, zu öffnen. Und das ist ganz oft ein Problem, dass die Hüftkapsel sehr eng, sehr verklebt und sehr verkantet ist. Und die wollen wir los, die wollen wir lösen, die wollen wir los haben. Durchsitzen zum Beispiel, immer die gleiche Position, es schränkt sich alles ein. Durch unkontrollierte Bewegung bzw. durch einseitige Bewegung kann es eben dazu kommen, dass diese Hüftkapsel immer enger wird. Wir wollen, dass sie mobil bleibt. Macht diese Übung nach, bleibt geschmeidig, euer Coach Benni.